Ach... Hahaha... Ne, ich wüsste auch nicht warum ein Villager... Wie der ist hier? Ne, Villager-Zombies sind die Zombies, die durch... ... diese Dörfle entstehen. Boah, jetzt geht's mir aber auf den Sack hier! Ach, zwei! Ach komm, die ganzen Achmeds her! Sag mal, hier ist doch irgendwo... Ey, ich weiß noch, aber ich baue hier jetzt vielleicht... Ja, ich weiß, wo Dunkel ist, wo die an da und her kommen. Ey! Von da oben! Oh! Oh shit! Oh fuck! Ach cool, der hat hier Diamant frei gemacht, sehr schön! Ey, von da oben, Leute! Und wo? Von da oben! Der war doch geil, Kompi! Ey, der muss doch aber auch Monster spawnen sein! So viel wie da spawnen! Mach da zu, ey! Alter! Der hat nen Diamant frei gesprengt! Ja hab ich noch grad gesagt, cool! Wie geil ist er denn! So, erstmal den Diamant aushöhlen, ne? Dass da unten drunter Lava ist! Ich weiß schon, wie der Part heißen wird! Danke, Creepy! Boah, und recht viel eigentlich! Ich kann hier nur zugucken, weil ich habe hier nur Stein spitzhacken, weil meine Kameraden haben es ja nicht ermöglicht, mir einen alten Spitzhacken zu geben! Hahaha! Na klar! So! So, meine Arbeit! Hier mache ich dir was für eine Arbeitsmoral! Jetzt sag ich, das geht ein bisschen schneller! Brauchste Licht! Da haste! Da haste! Komm, abschaffen hier! So! Ich weiß, denn die Stunde kann ich ein bisschen Arbeit verlangen! Jetzt! Oh! Eine Freude! Oh! Guck's dir an! Oh! Aber kein Diamant hier abgreifen, ne? Weißt du ja, wie es hier in Somalia ist und so... Ja! Wie in Sierra Leone! Ja! Sierra Leone! Wer Demand klaut, wird sofort erschossen! Also her die Dinger! Wir sollten die euch als erstes aus dem Diamanten machen! Hey! Weißt du, eine coole Halskette wäre cooler, wenn es so als Hip-Hop-Gangster rumlaufen würde, wäre schon geil! Wir haben Diamant gefunden, WGIDD! Hey! Ich crafte den Kompass mit ein paar Fäden und hänge mir den Kompass um den Hals, damit ich so eine coole Felge überhaupt habe! So! Ja, ich habe schon mal hier eine Schlange mit! Ja, hier Kohle und Redstone und stuff! Ich baue mal das Eisnach! Ah, da hat's gerade Obsidian gebildet, kann man das Obsidian abbauen? Ja, mit äh... Äh... Mit Diamant! Genau! Äh gut, also brauche ich mal kurz sehr lang mal Diamant tanken, das wäre mal das nächste so! Ich habe hier wieder Redstone! Wie baust du das jetzt? Erklär mal dein Plan so! Also, ich baue jetzt hier drei Tief, bin gerade bei dem dritten! Ja! Danach setzen wir hier drüben Wasser hin! Mhm! Hier, in diesem Block. Und der schwemmt die Viecher dann, und auch hier drüben, glaube ich, also ja, hier auch hin. Und der schwemmt die Viecher dann in ein Loch, was wir hier rein machen. Okay. Und dann fallen die da runter, und dann kann man die da unten dann töten. Da bin ich immer sehr gespannt, hey. Dachte ich so an eine coole Monsterfalle, wo die automatisch sterben, wie so eine hohe Fallfalle, oder irgendwie so. Ja, ja, aber, ja gut, hohe Fallfalle auf Höhe 13. Das rentiert sich. Ähm, welche Taste, mit welcher Taste kann ich denn so ranzoomen in meinem Blick? Hä, wieso hast du Optifine drinnen? Nee. Ja, du brauchst Optifine, um zu zoomen. Ich hab's irgendwann mal installiert. Welche Taste war das denn? Ach, keine Ahnung. Ich hab's auch gerade drin, aber ich hab's groß drin, damit ich das mit Mapping hab. Ist ja auch egal, weil ich hab's das Gefühl, hier in dem Monster-Spawner eiert grad ein Schwein rum. Ja, das ist... Das ist wahrscheinlich, weil ihr das Texture-Pack immer noch das Falsche hast, was nicht der Person eingetastet ist. Achso, das kann natürlich sein. Äh. Würdest du das schmerzen und vielleicht noch Abbaugen flacken, bevor's hier losgeht, weil... Äh. Habt ihr hier ein Leck geschlagen? Ich glaub, das muss noch eins weiter, die Mama. Warum? Hä? Äh, weil das Wasser nicht gerade bis zum Ausdruck gekommen ist. Ups. Also, bei mir eiert da ein Schwein rum bei dir, Frank? Äh. Bogenschütze. Okay. Alla, der Part von's neulich ist gebracht. Arschviele Rohstoffe. Das war, glaub ich, in Abstand der erfolgreichste Part von allen. Ich guck grad mal. Ich hab vier Lapis, sieben Gold, sechs Diamanten, 70 Redstone, acht Erz und 59 Kohle. Ich hab 36 Erz, 13 Lapis, 56 Kohle, also geil. Ich hab 46 Kohle, 59 Lapis, äh, 55 Bemoster Pflasterstein und 59 Eisen. Oh, irgendwas schießt schon wieder auf mich, ich raste gleich. Äh, was, was macht denn dieses bemoste Stein eigentlich? Äh, der ist einfach bloß Deko. Ach so. Ich glaub, dir zuliebe werd ich aufs Motel weiterbauen, damit du da drin pennen kannst, so. Juhu, ach man, wie du ein Teil zu wenig. Wow, schon ist dunkel. Also nochmal Mauer, oder was? Ja. Dann helf ich dir da mal. Vielen Dank. Echt war das so? Meine Güte, jetzt kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es so heftig war. Naja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, warte. So, aber jetzt fließen die da nämlich genau rein, wenn ich jetzt noch jetzt fühle. Ja, dann musst du aber hier irgendwie älger noch, ne? Ja, genau. Und wie kommst du dann hier wieder raus? Ja, so. Na, ist klar. Ah, was mir fragt. Ey, hier schießt doch schon wieder irgendwas. Wo kommen die an Down-Tern? Ich hab so's Gefühl, äh, oben da, wo wir vorhin zugemacht haben, ist noch irgendwie ein Spawner oder sowas. Ja, weil hier steht schon wieder einer. Ach, ich brech mir erst die Beine, fröhliche, fröhliche Weise. So. Eimer. Nee, da möchte ich jetzt nicht lernen. Ja, schon wieder, und schon. Ey, hier ist, glaub ich, irgendwo noch einer, ohne Scheiß. Vor allem sind aber immer nur Bogenschützen, ne? Und da kommt auch ein Creeper. Leute, ich hab Angst. Leute, helfen mir, Hilfe. Slagsy, ich renn zu dir. Slagsy, guck mich an. Oh, Schei... Oh! Was hast du denn alles im Gepäck? Renn! Nein, das schneitert mich von da hinten bis hierher. Klar. Alter! Jetzt irgendwo noch Monster-Spawner, Leute. 100 pro. Da oben. Die kommen von hier oben. Die haben ein Aim-Bot drin, ja, ganz einfach. Ja, man, voll die Cheater gleich mal. Die Insta-Bun. Die werden vom Server gekickt. Die dürfen hier nicht mehr hin. Ja. Ihr war kicked von dem Server. Okay, jetzt ist aber... Ey, vor allem, wie kommen wir eigentlich wieder hoch? Wir sind irgendwann mal doch den großen Wasserfall runtergeplumpst. Echt, sind wir das? Kann ich mich nicht von erinnern. Ja. Da hinten fallen bloße? Äh. Oh, da oben ist ja noch... Stopp! Ja, perfekt. Au! Ja, klar. Geil. Vielen Dank. Mistvieh. Der gute Skill hat schon mal wieder eine geile Idee. Wer? Ich. Ähm, nehmlich. Wir bauen nämlich jetzt hier uns gleich nach oben, wo die Monsterfaller ist. Dann erreicht man sie nämlich auch immer gleich. Ne? Ja. Echt? Da bin ich ja nicht drauf gekommen. Äh, ja? Hallo? Direktverbindung wär gut. Ähm, das mach ich jetzt auch gleich mal. So, ich hoffe mal, hier kommt jetzt keine Lara. Sonst wär ich ein trauriges Bärchen. Ja, die machen nochmal ein paar Fackeln für mich. Ja, ich hier unten, aber ich glaub nicht, dass du hier jetzt herkommst. Lachsi, wo bist du? Äh, ich sammle grad noch ein bisschen Erz ein. Hat jemand Leitern oder sowas dabei? Was dabei? Leitern? Oder Holz irgendwie? Ne. Okay. Doch, 20 Holz hab ich. Äh, bau mal ne Werkbank und bau die mal oben am Spanner hin. Boah, ich hör doch hier schon wieder Zombie geknurre. Beziehungsweise könntest du mir kurz ne Werkbank runterwerfen. Au, ich werd beschossen. Au, hier ist... Wo kommst du denn her? Ey. Hau ab. Irgendwo ist hier ein Leck. Irgendwo kommt hier dauernd Bogenschützen her. Ach, ich muss nur was essen, ich bin fast tot. Ah, ich sterb jetzt ganz bestimmt nicht mit einem Haufen Diamanten im Gepäck. Ich brauch Holz. Ah, sterben wir schalten. Wo bist du? Ich hab Holz. Ich bin, äh, unten. Äh, Monster Spanner. Werf da einfach Holz ins Wasser. Oder werf's in das Loch, was da ist. Hm. Warte. Hier, viel Spaß. Juhu, danke. Ha, bitte. So. Äh, Bergbank. Oh, Frank, was schaffst denn du hier so nicht? Ja, ich brauch fackeln. Fackeln mal hier. Ja, das ist jetzt einfach ein scheiß Weg. Den baue ich dann irgendwann mal noch schön, einen richtig schönen Weg zur Monsterfalle. Aber die Feinarbeiten müssen später kommen. Ich baue mich jetzt mal hoch, guck mal, wo wir rauskommen. Und dann... So, ich baue mich jetzt erstmal Leiterin. Alter, da kommt schon wieder ein Achmed. Ich hab'n gekillt. Ey, hier stimmt... ...irgendwo was gewaltig nicht. Wo kommen die dauernd her? Das kann's nicht sein. Schlagsi-Fackel? Nee, Schlagsi, jetzt keine Fackel. Schlagsi sucht jetzt die undichte Stelle. Irgendwo kommen die ganzen Viecher her. Hey, ich bin oben. Yay! Zum Teufel aber auch. Na gut, den Gang hier, den braucht man ja nun nicht. Ja, ich hab' bis ungefähr hierhin gebaut. Das bedeutet, hier irgendwo krabben wir uns runter. So, hier ist dicht. Das sieht aber auch aus wie Scheiße hier. Das müssen wir alles mal ein bisschen... Ja, das wird wahrscheinlich, äh... Bin ich jetzt zu tief? Dauer, du schaffst. Ha! Nee, perfekt. Geil. Geil. Äh, machst du mal ein kurzes Fackel hin da bitte? Hmhm. So, ich müsste ein Laut-Koordinaten eigentlich dann... Äh, bald mal oben ankommen. Wenn man jetzt halt nicht in irgendeinen Berg reingraben, was ziemlich bescheuert wäre. So. So, zwölf Leitern. Ey, ich komm' nicht drauf klar. Irgendwo hier spawnen die ganzen Viecher. Ich glaub' unser Ausgang ist auch hier oben, kann das sein? Ich markier mir mal den Weg. Äh, nee, hier ist der Lava. See. Ach, den lass' ich mal. Ach, hier baut ihr uns so, okay. Ja, ja, mach mal Fackeln. Was? Äh, ja, warte. Ach, ich bräuchte ein paar. Wo bist du? Ja, ja. I, der Kopf Fackel. Ich hab' nicht mehr. Ja, passt schon, danke. Könnte ich ja gerne weiter vollkommen, aber kann ich nicht. Haha. Feuer-Spucker. Ja, den Weg muss ich dann mal irgendwann noch schön machen. So. Entschuldigung, ich hab' in ne Höhle reingegraben. Weltklasse. Oha. Was ist denn hier los? Wo kommt denn die Spinne her? Geh weg. Ich hab' bloß'n riesen Fan von dir. Das kann natürlich sein. Riesenventilator. Glas. Boah, hier ist ja mal total dunkel. Ach, ich mach' das jetzt noch Schönheitsgrün... Aus reinen Schönheitsgründen wollen wir jetzt hier auch noch Cobblestone hin. Aber das ist die Feinarbeiten, müssen wir aber alle echt noch machen, ne? Na? So. Wird da dreimal Eisen gefunden? Sehr schön. Achso, ich hab' ja... Nein. Ups, das war eine zu viel. Oh Gott, Leute, hier sind so viel verwinkelte Gänge, ich blick' gar nicht mal durch. Ich hab' ja nicht. Ein Creeper. Ja, genau. Ja, genau. Geh weg. Geh weg, du hässliches grünes Vieh. So. Oh, Leute, der kam doch jetzt von da oben raus. Sind wir? Das geht jetzt... Nun, lass mich bloß in Ruhe. Ich hab' so ne Vermutung. Ich hab' ne Vermutung. Äh, kann es sein, dass wir A schief sind, so? Ja, auf Höhe 13 sind wir. Wo steht das? Äh, F3. Das ist der Y-Wert. Da steht bei mir grad 41. Äh, dann bist du wahrscheinlich auf Höhe 41. Ich bin grad auf Höhe 13. Äh, ja, ich will aber endlich mal... ...der Erde jetzt ankommen. Leute, ich hab' den Ursprung allen Übels gefunden. Und das Sporna 2, oder? Ne Fledermaus! Oh, wie süß! Ich hab' den Ursprung allen Übels. Ne Fledermaus! Hier reißt raus. Ey, hier ist ja noch mal... Oh mein Gott! Ich bräuchte Glas, wo bist'n du? Ein Greeper! Wo hab' ich das rummachen gehört? Au! Wo bist du? Hahaha, Hilfe! Ja, wo du bist! Ich komm' runter, Hilfe! Ich trau' mich gar nicht mehr. Fuck, wo bist'n du? Oh mein Gott! I, Böser Stein! Weg! Danke! Noch'n Böser Stein! Weg! Als ich gleich nämlich noch höher graben muss, dann bin ich gleich in der Atmosphäre, ohne Scheiß! Ah, es folgt Kies! Das heißt? Du bist immer noch unter der Erde! Das heißt aber, wir sind schon mal ein bisschen... So, ich hab' keine Fackeln mehr! Ich hab'n Zombie gehört! Wo? Wo? Nicht hier, okay! Ja! Ich hab'n Lava-Eimer! Juhuuu! Oh mein Gott, ich bin hier mitten im Arschloch-Ding wieder drin! Ich hab' ne neue Höhle gefunden! Ganz toll, wa? Ich auch! Haha! Wollen wir uns gleich noch ein Höhlenportal hinbauen? Mh... Mh... Lederportal, oder? Ja! Geil! Das guck' ich mir jetzt mal an hier! Was? Dein... Dein System! Wie ich das jetzt spawnen möchte, oder was? Mhm! Ach, dann fallen die hier runter, und dann kann man so... Was ist das für Stein, der da so glänzt? Das ist, äh... Das ist Bad... Stone? Bad Rock? Keine Ahnung! Endstein, ja! Den kannst du nicht zerstören! Ich hab' doch gerade irgendwo was runterfallen gehört! Wo?